Modern Baking ist für mich, dass ich alles selber mache, dass ich auf gar keinen Fall zurückgreife auf irgendwelche fertige Mischungen oder fertige Produkte und es schmeckt einfach besser und es macht Spaß. Das neue Buch ist für alle Leute geeignet, die gerne backen, ob das vegan oder glutenfrei oder klassisch ist. Da ist so viel Information, auch Rezepte umzuwandeln, was ganz toll ist. Das Buch ist so aufgebaut, dass ich erstmal Zutaten thematisiere und dann mit dieser Information legen wir los. Es gibt Frühstückrezepte und Torten und Cookies und Hefeteig und herzhafte Sachen und eine ganz tolle Bandbreite. Wir brauchen heute neue Backrezepte, weil vegan zu backen und weil auch glutenfrei zu backen. Das ist alles modern, das ist alles relevant. Jeder kennt jemanden, der vegan sich ernährt oder glutenfrei und da muss man einfach auch gut nachkommen können. Und da braucht man aber schon Rezepte, die so ausgearbeitet sind, sodass die einfach zuverlässig sind und sodass man dem Rezept vertraut und weiß, dass man damit Erfolg haben wird. Das Backen bedeutet alles für mich. Ich entwickle sehr gerne neue Rezepte. Das bedeutet mir alles. Ernst des Markes Do ich es es wenn es 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 Untertitelung des ZDF, 2020